Ich muss mich erstmal abrollern. Das nützt nichts. Obwohl das auch nichts wirklich was bringt, aber naja. Ich habe immer das Gefühl, da kommt mehr vom T-Shirt mit runter als die Fussel, aber gut. Was ich nicht alles mache. Das Ding war auch schon mal geiler. So. Ja, los geht's. Hallo liebe Leute und herzlich Willkommen. Es ist endlich mal wieder Masters of the Universe Zeit bei mir. Denn ich habe für euch den Slush Head aus der Masterverse Reihe. Und zwar ist das eine Figur zu den New Adventures of He-Man. Das ist eine Serie, die ich mir tatsächlich gar nicht angeguckt habe. Und wo ich überhaupt gar keine Ahnung von habe. Aber diese Figur sieht halt einfach absolut fantastisch aus. Und ich wollte die unbedingt haben. Und tatsächlich hat der liebe Frank mir diese Figur zum Geburtstag geschenkt vor einer Weile. Vielen Dank Frank nochmal. Und dadurch kann ich euch diese Figur als Review zeigen. Ich rede gar nicht lange. Das mit der Verpackung wisst ihr. Wir gucken kurz einmal auf die Rückseite fürs Artwork. Ja, schön. Geiles Crosshair übrigens. Sehr, sehr coole Wave. Hier dann auch nochmal das Artwork auf der Seite. Und jetzt kann es auch schon losgehen. Ich packe ihn aus. Und da habe ich ihn auch schon ausgepackt. Und ich muss sagen, Slush Head ist wirklich richtig gut geworden. Ja, schaut euch das an. Hier der Kopf mit dem bösen Blick unter dieser Taucherglocke. Das sieht auf jeden Fall sehr geil aus. Dann die Rüstung mit diesem Metallic Look. Das weiß mir auch gut zu gefallen. Die Farbkombi ist schön mit dem Rot, mit dem Silber und diesem Türkis Blau. Ja, dann diese Rüstungsteile an den Armen gefallen mir auch sehr, sehr gut. Und was ich halt richtig toll finde, ist seine Haut. Ja, dieses Gewürzgurken-mäßige. Ich finde, das sieht einfach richtig klasse aus. Das haben sie total gut hingekriegt. Auch von hinten kann er sich absolut sehen lassen. Die Rüstung sieht super aus. Hier seht ihr, wie sie am Körper befestigt ist. Ja, und auch die Stiefel und Füßchen sind sehr cool. Es sind halt die Monsterfüße. Die kennen wir unter anderem von Skeletor. Und die, ja, diese Stulpen, die sind neu. Die haben wir so in der Form noch nicht gesehen. Aber auch die sind schön metallisch. Also die Figur kommt insgesamt richtig gut rüber. Wenn wir uns mal die Beweglichkeit anschauen, ja, dann stellen wir fest, dass wir natürlich beim Kopf nichts machen können. Also technisch gesehen ist der Kopf natürlich voll beweglich. Würden wir ihm jetzt die Rüstung abnehmen und diese Taucherglocke, ich traue mich nicht, die einfach so abzuziehen. Ich weiß nicht, ob sie mit der Rüstung verbunden ist. Da könnten wir natürlich den Kopf in alle Richtungen bewegen. Das ist ganz klar. Ja, ansonsten haben wir das übliche. Arme nach oben, Arme nach vorne, Arme nach hinten. Hier oben eine Drehung im Bizeps, dann das doppelte Ellenbogengelenk, das immer ein bisschen komisch aussieht bei diesen Figuren. Dann natürlich die Hände kippen und drehen. Das ist gar kein Problem. Dann haben wir natürlich die Brustkorbartikulation. Die kannst du hier aber eigentlich wirklich gar nicht nutzen, weil die Rüstung hindert das sehr. Die Hüftartikulation ist auch da, aber die ist hier auch irgendwie sehr schwergängig. Bei meinem will ich jetzt gar nicht dran rumbrechen, aber technisch gesehen ist sie da. Ihr seht den Cut, ja. Ja, und dann können wir natürlich die Beine spreizen. Wir können die Beine wie immer nicht weit nach hinten machen, können die Beine so weit nach vorne machen. Wir haben hier oben einen Cut drin. Oh, das hat geknackt. Ist aber nichts kaputt gegangen. Dann haben wir ein doppeltes Kniegelenk, das bei ihm auch super aussieht. Hier auch die pickelige Haut, das steht ihm gut. Ja, dann haben wir natürlich ein Drehgelenk hier oben am Boot. Und wir können natürlich die Füße nach hinten und nach vorne bewegen, wobei nicht besonders gut. Also der eine Fuß bewegt sich irgendwie gar nicht bei mir. Ihr wisst ja, das könnt ihr im Zweifelsfall ein bisschen heiß Wasser und dann geht das auch, dann wird das gängig. Aber wenn man da zu viel dran rumbricht, dann wäre das nicht so gut. Deswegen lasse ich das. Ja, der Fuß hier lässt sich zumindest gut bewegen und auch so ein bisschen zur Seite drehen. Das geht auch. Ja, also es ist alles da, was ihr an Beweglichkeit braucht. Da das eine Deluxe-Figur ist, haben wir hier jede Menge Zubehör mit dabei. Unter anderem dieses Ding hier mit dieser Flüssigkeit oben drin. Das sieht auch schon mal sehr witzig aus. Das können wir ihm theoretisch am Rücken befestigen, wenn wir das wollen. Gar kein Problem. Und ihr seht, hier sind auch jede Menge Öffnungen für bestimmte Sachen, die Slush-Head mit dabei hat. Und die gucken wir uns jetzt mal an. Denn da sind so Arme mit dabei. Hier haben wir so einen ankermäßigen Arm. Den können wir hier irgendwo reinstecken. Ist eigentlich egal wo. Das können wir so machen, wie wir es wollen. Das geht. Ja, den können wir auch noch an anderer Stelle verwenden. Das zeige ich euch aber gleich. Dann haben wir hier noch den hier. Das ist so ein Dreizack. Auch den könnten wir jetzt hier irgendwo anschließen. Gar kein Thema. Ja, das geht auch. Zack. Ja, dann haben wir hier schon zwei. Das sieht jetzt schon aus. Ein bisschen wie Crank. Dann haben wir hier noch den dritten. Das ist so ein Haken. Den machen wir mal hier mit ran. Und rums die Bums haben wir hier eine weitere Figur, die sogar stehen kann. Ihr seht es jetzt nur halb. Aber ihr seht es ja. Die könnte man jetzt hier sogar noch hinstellen. Und wenn man ganz viel Bock hat, dann hat man noch den vierten Arm. Und hey, Moment mal. Was ist das? Ach, ja. Ihr habt es vielleicht gerade schon auf dem Drehteller gesehen. Da konnte man das schon erhaschen. Ja, beim Auspacken ist mir doch tatsächlich ein Stück abgebrochen. Das ist hier zwar einigermaßen flexibel, das Ganze. Obwohl es nicht so flexibel, wie es sein sollte. Also es ist nicht das härteste Plastik, aber es ist zu hart, als dass es hier einfach mal so eine kleine Erschütterung aushält. Es ist jetzt wirklich beim Auspacken passiert. Ja, da ist der Arm halt runtergefallen auf den Tisch. Zehn Zentimeter tief. Und dabei ist es dann abgebrochen, denke ich mal. Ja, also das ist sehr schade. Aber zum Glück sieht es auch so super aus. Tut dem Ganzen keinen Abbruch. Also gar nicht schlimm. Man hätte diese Arme natürlich auch noch bendable machen können und ein viel weicheres Plastik verwenden. Das haben sie hier leider nicht gemacht. Aber gut, egal. Den Arm können wir hier noch mit dran stecken. Und dann hat das Feech sogar noch ein Winkerarm mit Hallo. Was ihr auch machen könnt, ihr könnt den Ersatzkopf hier oben draufsetzen. Dazu nehmt ihr diese Kuppel einfach runter. Das geht ganz leicht. Und dann setzt ihr eben diesen Kopf hier auf. Der ist auch noch mit dabei. Der sieht dann ein bisschen anders aus. Obwohl er auch einen fiesen Gesichtsausdruck hat. Aber der ist auch sehr, sehr schön gelungen, der Kopf. Jede Menge Hände sind auch noch mit dabei. Einmal so geschlossene Fäuste für den Faustkampf. Und einmal so Hände, die ich besonders interessant finde. Denn das sind welche mit so Schwimmhäuten zwischen den Fingern. Das gefällt mir auch besonders gut. Und da überlege ich schon, ob ich ihm die dann gleich mal mit an die Arme packe. Allerdings würde das bedeuten, dass er dann seine Waffe nicht mehr halten kann. Also zumindest, wenn ich ihm die Schwimmhaut-Hände dran mache. Ja, das Ding, ich bin mir gar nicht ganz sicher, was es sein soll. Es kann hier ein Blaster sein. Wenn man das Ding so hält, ist es ein Blaster. Dann feuert das Ding hier vorne raus. Es kann aber auch eine Axt sein. Weil hier ist auf jeden Fall eine Klinge. Vielleicht ist es auch einfach beides. Könnt ihr euch entscheiden, wie ihr ihm das in die Hand drückt. Entweder so oder halt als Waffe. Und dann hat er halt hier unten noch eine Klinge dran. Da kann er dann die Leute richtig mit verletzen. Ja, und dann ist der hier noch mit dabei. Sein Backpack. Dafür sind dann hier die Packs auf der Rückseite. Kann man hier hinten einfach zack draufsetzen. Und dann hat er seinen Rucksack drauf. Und ihr seht schon, hier sind vier Öffnungen. Was bedeutet das? Na klar, man kann ihm die Arme da dran machen. Die übrigens auch noch ein extra Gelenk haben. Ihr könnt das hier sehen. Da ist noch ein Gelenk drin. Oder wenn euch das lieber ist, könnt ihr auch das Ding hier hinten dran machen. Dann ist er ein bisschen rückenlastig. Aber auch das ist möglich. Da könnt ihr dann natürlich die Arme auch hier hinten anbringen. Oder ihr macht das gleich so. Das geht nämlich auch. Gar kein Problem. Steckt hinten drauf. Passt. Ja, und was ihr auch machen könnt, was ich auch schon gesehen habe. Ihr könnt das Teil hier oben draufsetzen. Aber wie gesagt, das mache ich jetzt nicht, weil ich eben die Rüstung nicht ausziehen will. Und mich nicht traue, hier einfach mal dran zu ziehen. Ja, das ist manchmal so, aber es ist möglich. Ich habe es euch erzählt. Es ist möglich. So, kommen wir mal zum Fazit. Es ist einfach eine absolute Schande, dass der New Adventures He-Man und offenbar auch der New Adventures Skeletor, der eine ganze Zeit lang noch bei Smith Toys gelistet war, aber jetzt verschwunden ist, in Deutschland so gar nicht rauskommen. Das finde ich echt blöd. Wie gesagt, ich bin nicht der größte Fan der New Adventures. Ich habe das damals nicht geschaut, weil das einfach nach der Zeit kam, wo ich richtig dolle He-Man Toys gesammelt habe. Aber ich finde diese Figur halt wirklich schön und auch die anderen sehen cool aus. Und es ist einfach eine Schande. Die hätte man hier alle nach Deutschland bringen müssen. Irgendwie. Aber wer weiß, vielleicht passiert das ja noch. Manchmal entscheidet sich Mattel dann ja kurzfristig noch was zu ändern oder dann die Reste dann nach Deutschland zu bringen, wenn es dann irgendwie in den USA noch Reste gibt. So lange können wir natürlich sehr, sehr viel Geld ausgeben. Umso erstaunlicher ist es, dass der Slush Head rausgekommen ist. Die Hauptcharaktere nicht, aber der Slush Head. Egal, er sieht super cool aus. Ich feiere die Figur sehr und ich freue mich, dass ich ihn in meine Sammlung integrieren kann. Der passt sehr, sehr gut zu den anderen Masterverse-Figuren. Völlig unabhängig davon, ob das New Adventures ist oder New Eternia oder sonst was. Der passt da super rein. Geile Figur. Eindeutig eine richtig geile Figur, die ihr auch unbedingt braucht. Ich sage euch das. Also wenn ihr Motu sammelt, dann ist diese Figur eindeutig ein Muss, finde ich. Ebenso ein Muss ist es, mir hier mal ein Abo da zu lassen. Das könnt ihr durchaus mal tun. Ebenso könnt ihr die Benachrichtigungsglocke drücken, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Ihr könnt gerne wieder einschalten und euch beim nächsten Mal wieder von einer schönen Review berieseln lassen oder euch irgendwas anderes angucken. Ihr könnt gerne mal einen Daumen da lassen. Das würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Und ihr wisst, der YouTube-Algorithmus, der ist echt mies. Und je mehr ihr mit mir interagiert, desto besser. Also Daumen sind da sehr, sehr hilfreich. Und natürlich Kommentare. Wie findet ihr diesen Slush-Head? Habt ihr New Adventures geschaut? Wie fandet ihr New Adventures? Könnt ihr euch das heute noch angucken, ohne so ein bisschen zu grinsen dabei? Ich bin gespannt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf jeden Kommentar. Ich antworte auf jeden Kommentar. Und ich habe auch richtig Bock drauf, mit euch zu kommunizieren. Ja, das war es von mir. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dabei. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss. Was ist denn wohl los? Ach so, das Ende vom Video. Ha! Ja, da oben, da gibt es ein Video von Mike, das könnt ihr euch angucken. Da unten ist eine Playlist. Da könnt ihr auch mal reinschauen. Und da drüben, ja, da sind so ein paar andere Kanäle zum Abonnieren. Ja, das war es jetzt. Tschüss.